David, ich teile Sie einem Regierungsmitglied zu. In Ordnung, Ma'am. Das ist eine Beförderung. Ma'am, das ist Sergeant Budd. Freut mich sehr, Ma'am. Ich muss zu einer Besprechung. Sie hat einen geheimen Plan, die Angst anzuhalten. Und dann an die Macht zu kommen. Wir brauchen uns nicht für die Vergangenheit zu entschuldigen. War das Ihr Ernst? Sie brauchen mich ja nicht zu wählen. Sie kümmern sich um meine Sicherheit. Versprochen, Ma'am. Das werde ich. Ma'am, bleiben Sie unten. Alles okay. Alles okay. Solche Machenschaften kommen nicht in allen Fällen von außen. Manche schweren im Inneren. Ich war Soldat. Ich war Polizist. Und für was? Für Politiker. Feiglinger und Kriegler. Das hat sie bloß vor. Das müssen sie herausfinden. Was denkst du denn, wie die das findet, wenn die mal selbst dran müsste? Nicht weiter so tun, als ob alles okay ist. Eine sehr, sehr gefährliche Politikerin. Jemand muss sie aufhalten. Polizistik, legt sie die Hände auf den Kopf. Es gab die ganze Zeit einen Insider. Dann ist unsere Innenministerin wohl in den sichersten Händen. Das ist die Hände auf, was mit der Verkauf. Der hat sich nicht nur dafür verdient, wenn die Die Hände auf dem Kopf ist. Das war das macht sie in den Kopf. Wenn die Welt ist. Und zum Schluss. Das ist die Hände auf den Kopf. Der hat mich noch nicht. Der hat mich noch nicht. Und das ist die Hände auf.